So Leute, willkommen zurück zu The Secret of Retropolis und ja, wir haben ja Part 1 durchgespielt, Part 2 soll jetzt ein bisschen länger sein und ich bin gespannt, ob ich es überhaupt schaffe. Kann ja sein, dass ein Rätsel dabei ist, was ich überhaupt nicht kann, von daher warten wir einfach mal ab. Es hat sich auch so ein bisschen was getan. Hier in dem Menü sehen wir jetzt auch hier so eine Bar. Hier sehen wir jetzt nichts mehr, aber das ist für mich jetzt neu. Und ja, drücken wir mal einfach auf Continue. Dann packen wir uns mal das VR-Headset. Rogue-Police-Drones, Data-Loss, Robot-Trafficking, Das Problem war viel mehr kompliziert, als ich dachte. Und Jennys Leben war auf der Linie. Sehr schlecht, dass ich keine Ahnung hatte, wo sie war. Ja, beim letzten Mal haben wir ja den Koffer besorgt und wurden dann hier niedergeknüppelt von den riesigen Robotern und von dem Bösewicht. Ja, jetzt sind alle weg. Jetzt schauen wir mal. Jenny, und das ist der Bösewicht, den wir quasi auch bestohlen haben für Jenny. Und da sollte dieses Amulett drin sein. Ja, und da hat er rausgefunden. In den Bahamas, July 2947. Was? Einpacken? Ich brauche nicht dieses Bild. Okay. Und es macht mich traurig. Ja, macht ihn traurig, ne? Was haben wir denn sonst noch hier? Es ist schwerer, als es sieht. Ha! Ein Oscar. The Mariahs Best Actress. Das packen wir uns ein, oder? Das wollen wir. Es ist zu schwer. Es ist besser, wenn ich es hier lasse. Aber ich bin die beste Actress. Klar, wir sind der beste Actress. The Blue Screen Club. Okay, das könnte ein guter Hinweis sein. There is a phone number on the side. MOS 606. Das könnte interessant sein. I don't need matches. Better leave them here. Okay, aber wir können. RCC, how may I help you? Yes, please connect me to the Blue Screen Club. Ja. The number is NU5606. Hold on. Hold on. Hold on. Da 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 da. Um, 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 um. Blue Screen Club, how can I help you? Hello? Ah da. Yes, could you please tell me who's headlining tonight's show? It's a surprise. It's a lost show for a while. Could this surprise be Jenny Montage? What? How did you know? I had a hunch. What's your address? What's your address? On the east side? Are the clouds? Good enough. Thank you. Okay, Jenny tritt da auf. Und, äh, ja, da werden wir natürlich auch hingehen müssen. Was haben wir hier? Not like me use electricity stations like this to charge ourselves. But not Jenny. She can only be powered by the sapphire nucleus. Okay, was haben wir sonst noch? If you pack, when you run for your life. Says more about you than anything else. Da haben wir noch eine Schublade. Hotelpaintings are like driving by a crushed car. You don't want to look, but you can't stop yourself. Ich mag das Spiel total. Ich find's, ich, ich find's echt gut. That's where that police drum broke in. How come he was working for Merrick? Ja, ist wahrscheinlich alles korrupt hier. Also dieser, dieser Bösewicht, hat hier alles unter Kontrolle. Und der hat unsere Jenny. Den holen wir uns. Ah, okay. Okay, okay, jetzt müssen wir uns ein bisschen umschauen. Da ist doch, da ist doch unser Auto. Ich habe meinen Weg zum Bluescreen-Club. Das Ort, wo Jenny und Merrick haben das erste Mal. Sie war ein Sänger. Er war ein Filmproducer. Sie liebte ihn. Er hat ihn benutzt. Groß ist meistens. Es gibt nichts mehr hilfreiches als ein Roboterprogramm, das zu lieben. Da bin ich mal gespannt. Was da jetzt so passiert. Meine Damen und Herren, bitte willkommen zu der Stelle, der eine und nur, Benny Botman. Benny Botman. Meine Damen und Herren. Das ist Benny Botman. Okay, da sind die zwei, die uns kaputtgeschlagen haben. Secret Storage. Okay. Psst. Jenny. Jenny. Hey, handsome. Oh, I'm sorry. I was looking for a friend. I'll be a friend if you buy me a drink. I'll buy you a drink if you'll forget you ever saw me. I'll buy you a drink if you'll forget you ever saw me. I'll buy you a drink if you'll forget you ever saw me. Damn. I know Jenny's behind this door. Okay, I'm not miss my mom. He won't stop moving back and forth as long as that bot wants more drinks. Okay. Just doesn't stop. It's like a drinking machine. Hello there. Hello sir. Hello sir. Can I ask you something? If you must sir. Who are you? I'm HoSpot 5000 of course. HoSpot. HoSpot. Hey, I'm half Jewish myself. Shalom brother. Genau. Oh. Yüdische Roboter. Alright, hypothetical question. Completely made up scenario. Okay, take a walk with me in your mind. Let's just assume for a second that I had a hostage. And wanted to hide them here. Where would I do it? Oh, you could use the secret storage room behind the bar, of course. That's where we keep all the slaves and... Wait a minute. Who are you again? I'm just a hypothetical kidnapper. That's all. Just hypothetical. I don't even exist. I don't even exist. I'm a hypothetical. I don't even exist. I don't even exist. Why do you have a bathroom in here? We're all robots. We don't need that. As the citizens of this great city, we are obliged to keep the human past alive. Having toilets is a part of that glorious past. Do you go to the bathroom? Oh, what a rude question. I can see Senator Merrick has a private booth to himself. Is he a regular around here? Senator Merrick is not just a regular. He owns the club. So he also owns you. I'm a lucky robot, aren't I? Also, the whole club belongs to Merrick. And... You're the host, right? Get me a table. Chop, chop. I'm sorry, sir. We are full tonight. Unless we show you her some appreciation. I have to show you her some appreciation. I like your tie. Why? Thank you, sir. Can I have it? Absolutely not, sir. Whatever. I didn't want it anyway. That's all. That's all. For now. Okay. I don't need to go to the bathroom. Like ever. I think I saw an empty table. Can you double check for me, please? All I see is a guest who's not appreciating his house. Okay, that's... A little bit better. Losing money can drive you mad. But sometimes you just need some extra help. Okay, here are my Geld. Hey, buddy. Keep your heads to yourself, will ya? I'm not an expert in body language, but I can tell, she's not enjoying her date. Looks like he's enjoying the show. They're goons for hire. You pay them enough and they'll do whatever you tell them to. You know. Robots. We have money. There's no way I can outbid the senator for their service. Okay. Wäre zu einfach gewesen, ne? He's a big fellow. If I drink like him, I'd pass out in no time. I can't drink. I need to find Jenny. You need to go in there. He won't stop moving back and forth, as long as that bot wants more drinks. Hey, can you go find me a table? I'll say it again, sir. There's no table for you. I'll say it again. She has some appreciation. Okay. They said, Jenny is performing tonight and as far as I can tell, this is not Jenny. And when we're the Schalter umlegen, is the also away from the Fenster. Looks like the senator is waiting for someone. Okay. No one's looking at it. No one's looking at it. Oh. Aww. Poor guy. He needs help with his drinking problem. Poor guy. He needs help with his drinking problem. I need to move this bartender out of the way. Hey. Don't you ever interrupt me while I'm gambling? What are you talking about? They didn't do anything. Haha, we have to get him on the shoulder. What did I tell you, huh? Never interrupt me while I'm gambling. Relax buddy. We're both trying to get lucky. See how lucky you get if you try this one more time. Losing money can drive you mad. But sometimes you just need some extra help. Okay. I stopped interrupting. And now, back to gambling. Okay. Sleeping pills. He won't use these tonight. Ah. Der ist hinüber, ne? Okay. Wenn, wenn jetzt die Pulle. Jawoll. So. Jetzt schlaf mal schön ein. Genau. Du brauchst keinen Drink mehr. Schön, schön, schön. Ein langer, langer Weg in den Keller. Der dunkle Keller. Hey, Philip? Ich kann nicht glauben, dass es dich ist. Ich bin hier drin. Hi, Jenny. Ja, ein Weapon. Warte, nein. Sag mir, ein Schroeder. Yay. Philip! Hör auf! Gott! Hör auf! So. Genau. Dann packen wir es mal ein. Hey, ich kenne dich. Was schaust du an? Hilf mir! Was können wir damit machen? Du brauchst einfach nur eine Reparatur, oder? Tucket! Nein, Jenny Wontage! Philip, du dumme Bot! Hilf mir! Tucket! Jenny Wontage! Tucket! Ich bin aus Energie, es gibt nicht viel Zeit. Der Gangster-Sguide zu Bribere. Der Retropolis-Times Nummer 1 Bestseller. Hm, appropriat. Wisst ihr, ich bin nicht egal. Ich bin gut mit dem Dying, hier. Bounce dieses Magnet. Ja, warte. Philipp, was du in der Hölle machst? Ja. Mein Job, Mrs. Montage. Auch! Schau! Ich hab dir den Arsch gerettet. ECHT Emma! Express Empathy. Ich möchte nicht als Emotion everyone blobsch so ... Er. Wie geht's dich? Und so. Ich weiß, ich weiß nicht. Mein Freund habe mir soldiert, Meine Energie ist weg und nur derjenige Hilfe ist ein Rotterleut! Der zäkert sich so. Wie glaub ich ich ist? Ja, das ist leicht, dass wir uns zu den Sapphire Nucleus wiederholen können. Ja, leichter gesagt than done. Hier ist wie wir es tun. Ich distractige deine husband, und du kriegst die suitcase. Ahem, in case you haven't noticed, ich bin ein Performer. Distractions sind mein Job. Good point. You go on stage and distract Merrick as long as possible. I'll get the suitcase and meet you back here. That might actually work, but... Don't overthink it, Jenny. Trust me. Trust me, I'm a robot. Relax, Jenny. The bot who broke my heart, starring Jenny Montage. It's not my size. Nee, warum denn nicht? I look good enough already. The Sapphire Nucleus isn't here. Must be in Merrick's suitcase upstairs. The evil in the depths, starring Jenny Montage. These are blueprints for the police drone operator. There's a list of instructions. It's my graduation day picture. Okay. Bot? Stage? Stage? I don't want to play with this. You can't just buy one of these at a store. Merrick had to take down a cop. It seems like Merrick is hoarding police uniforms, and I don't think it's for a costume party. Looks like it leads to a loading bay. Merrick's got some big operation going on here. I can't go there. I have stage fright. In the Kegs behind this door, there's all the booze a robot can dream of. If robots could dream, they would probably dream of booze. And for the end of this segment, Benny Botman will be playing an absurdly drone, Lisa, I'm so low. We'll have to get him out of the way. Stop! You're ruining the show! I'd better leave her be. If he gets his head back, he'd be just fine. But he was a dangerous creep, and I prefer him to stay broken apart. I'm not gonna bother him. So, we're gonna talk about this again. We're gonna talk about this again. Maybe we'll do something again. Hey, can you go find me a table? I'm not safe. Again! There's no table for you! You can sit behind the bar! Also, yeah, who's? Something! Yes! Hey, can you go find me a table? I'm not safe. Again! There's no table for you! You can sit behind the bar! Also, yeah! Yeah! It was... Some... Some... Yes! Okay. I don't want this. I can use my other hand to read it. Chapter one. The economy is like a machine. If you want it to work smoothly, you sometimes need to grease it. Mm-hmm. It's a popular book, but there's not much in it. That's not how you use a book. Stop this shenanigans! You're in the shower! I don't want to screw this up. There's no one. You're in the shower! You're in the shower! Don't be so fok! Please show your appreciation! You're squiggly! Okay. It would be a waste of money. The only bet I'll make is that these machines are rigged. Kommt immer gleiche, ne? Mutter, Mutter, äh, Mutter, äh, Mutter Ich kann nicht gehen, bevor ich die Stücke bekomme Was haben wir denn da hier oben noch? Irgendwas? Okay, da war jetzt mehr Glück These air vents are the perfect place for a brain-sucking alien to hide I'm glad it's not that kind of game And that I don't have a mushy brain Es ist illegal, einen von diesen in den Städten zu finden. Es ist sehr gefährlich. Der Polis kann viele Tatsachen machen. Er kann die Tatsache aufzunehmen, um die Fortschritte zu arbeiten, und um die Messages zu spielen. Das ist klassifische Materialien. Ich hätte es noch mehr. Da ist was, da ist was. Das ist echt spooky. Mein Idee wäre jetzt, man verkleidet sich und geht oben zur Bühne, aber geht das nicht. Oh Mann, das ist verrückt. Du kannst die Drohne manuell um ein Target zu sparen. Es wird die letzte Location erinnern, wenn ein Subordinator sie besitzen, um sie zu holen. Hat irgendwas mit der Drohne auf jeden Fall zu tun, was wir hier machen müssen? Ja klar, es hat Geldverschwendung, aber wir müssen irgendwas machen. Ich habe gerade keine Idee mehr. Der sah sah aus wie das kleine Bild. Mit dem Zylinder, was wir eben in der Hand hatten. Ah, mit den Dingern vielleicht. Das war's. Jetzt, jetzt, jetzt. Oh Mann, das wird mich russisch machen. Ah, schau auf, hier fahren wir. Ich hoffe, du bist aus Stainless Steel, Suckers. Haha, geil. Okay. Danke. Ja, 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 komm, ich will dich weg tun hier. Halt die Klappe jetzt. So, jetzt müssen wir den abstellen, damit die Jenny auf die Bühne gehen kann. Hey, kannst du mir eine Klappe finden? Ich sitze. Halt die Klappe? Es ist keine Klappe für dich. Du kannst bei der Bar sitzen. Auch hier. Wie kriegen wir den weg? So, was können wir noch probieren? Was können wir noch probieren? Oh! Aha! Mit Geld kann man ja alles kaufen, ne? Okay. Was ist mit dem Kerl hier? Hey, wir sind weiter! Oh ja, ein Geschenk für dich. Boah, da war mehr als Glück. So, jetzt schnell. Boah, der wiederkommt. So, da war uns von vornherein ja klar, ne? Yes! Aus mit dir, Benny Botman! Jenny! Haha! Thank you! This is the tune I sang the night I met my husband. It's called, Good Old Days. Good Old Days! I can't take it. The senators looking right at it. Jetzt aber nicht mehr. Oh yeah! Schnell runter. Mal schauen, was jetzt passiert. er wird uns ja jetzt definitiv erwischen ich hab mir die Du hast keine Idee. Ich hab dich geholfen! Der hat mich erwischt, oder? Du warst ein guter Baud, John. Du weibst über andere. Und seit dem Tag habe ich Angst, dass wenn ich weibst wie du, dann wäre ich wie du. Lebe ich noch? Hey, ich lebe noch. Ich werde dir später erzählen. Ich werde dich von hier raus. Okay. Eine Schraubung, mit nichts, aber Geld. Auf jeden Tag, ich wäre wunderschön, aber wir erwarten ein Sapphire Nucleus, und es war nicht da. Was ist schlecht? Also, wir hatten ein Körper zu entfernen. Liebe. Die Hoffnung war weg. Ich bin so Angst, Philip. Ich will nicht aufrufen. Ich habe gesagt, sie wäre okay. Sie wusste, dass ich lieb. Wir sind aus der Stadt und in die Wasteland. Komm mal, wir müssen gehen. Du kannst gehen, Philip. Ich werde jetzt noch einen Moment aufhören. Ich werde jetzt noch mal mit meinem Mann. Wir werden uns wieder vergessen. Wir werden uns wieder vergessen. Das ist nicht eines von deinen Filmen, Jenny. Bitte, stopt dich zu sein, ich muss dich ehrlich sein. Okay. Was? Was? Oh. My life went by so fast. The fame, the money, the dresses. Was? Es war alles ein fruchtloser Waste von Zeit. Und jetzt kann ich nicht denken. Ich kann gar nicht sprechen. Ich kann gar nicht sprechen. Ich möchte einfach, wie ich etwas gefunden habe. Was? Ich... 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 Wenne Roboter sind, der ganze Stadt wird. Okay. Ich... Du. Ich... Ich... Eller... So, komm. Oh. I can't go too far. Do you want to guess where it is? Can you? Ta-da! I hope you'll appreciate that magic trick. You'll help me perform it. I wondered who he could have left that message to. But finding Jenny's power gem made me forget all about that. Merrick was a sneaky mother-plugger. The Senpire nucleus was accessible only after Jenny's shutdown. Her fate was sealed from the moment I met her. But mine wasn't. And that moment I gained something that I never had before. Control. Hello, my name is Jenny Montage. I can't seem to remember how I got here. Or anything else. Who are you? I'm Philip. I'm your friend. Okay. So, um, what are we doing here? Forget about that. All you need to know is we live in a rotten city. You have to be careful. Everyone you'll meet will try to exploit you. Trust no one. But I can trust you, right? Oh yes. Yes, Miss Montage. You can. Now let's get you home. Ich hätte echt gedacht. Wir haben noch wirklich ein tolles Ende. Ich bin traurig, kein Happy End. But in the long run, it did me good. Sometimes one friend is enough to get you back on track. Or to get you in even bigger trouble. Philip, thank god you're there. Jenny, calm down. What happened? It's the magician. The magician? He's after me. You gotta help me again. I'm on my way. Where are you? Hello? Jenny? Jenny? Oh. Das schreit nach Teil 2, oder? Pfff. 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 Ja, Leute. Das war The Secret of Radiopolis. Und, äh, es ist ein kurzes Abenteuer, keine Frage. Aber ich fand's mega cool. Der Look, die Erzählung, ja, halt Point-and-Click-Adventure. Einzige, was ich jetzt hier wirklich bemängeln muss, ist einmal die Spieldauer, die ist relativ kurz. Und dass es nicht auf Deutsch ist. Also, in Deutsch wär's nochmal eine Ecke besser gewesen für uns. Und hier sehen wir's auch nochmal, äh, das ist alles mit Quill gezeichnet worden. Und, ja, da sind die Jungs von Peanut Butter. Oder Button. Nicht Butter. Peanut Butter hatte ich im Kopf. Ja, Leute. Das war das Ende. Und, äh, ich hoffe, euch hat, äh, die Reihe hier gefallen. Ich hoffe, hier kommt noch mehr von, äh, von mir aus auch eine richtig lange, äh, Spielereihe, sag ich mal. Und, äh, ja, mir hat's gefallen. Bitte, bitte mehr davon. Wie hat's euch gefallen? Gerne mal in die Kommentare reinschreiben. Und, äh, ja, ich würde mich natürlich über ein Like freuen. Wenn ihr mich noch nicht abonniert habt oder meinen Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr das jetzt machen würdet. Würdet, äh, ja, damit würdet ihr mir helfen. Und, äh, ja, kostet euch nichts. Von daher ist eine Win-Win-Situation. Und, äh, ja, ich verabschiede mich jetzt hier. Und, äh, ich denke, wir sehen uns beim nächsten Gameplay oder bei der nächsten News-Show. Von daher... Bis dann. Ciao. Bis dann. Untertitelung des ZDF, 2020